Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubbele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. So weiß man, dass es wirkt. Oh, Autsch, Autsch. Mhm. Da hab ich ein bisschen Kack-Ohrwurm die ganze Zeit. Wegen der Melodie will die Musik weiterhören, die war halt geil zu bis jetzt. Du kannst später zum Spielen rüberkommen. Ach, da bin ich immer noch, das ist aber voll nett. Spielt schön zusammen, ja? Inklusion ist das Motto des Tages, Kinder. Motto des Tages heißt aber, aufziehen wir uns einfach mal um. Weil, wir neue Sachen haben. Koloss-Gesicht, so, Kleidung, Koloss-Anzug und Hände. Haben wir im Vermacker keine. So, unsere Haare sind bleiben. Moment, aber wir haben neue Haare bekommen. Wann haben wir denn bekommen? Mhm. Mhm. Ja, nein. So, was haben wir sonst noch hier? Hände, Hände. Wir haben neue Hände bekommen. Also, wir haben sogar Koloss-Fäuste bekommen und nehmen wir die auch. So, wir haben ein neues Artefakt bekommen. Da haben wir nichts Neues. 40, ein 45er. Ein waffenfähiger Kreisel, der in Rappi, was, Kreiselagogo hergestellt wurde. Ja, genau. Verursacht, was? Verursacht Kröpfe, Furunkel- und Laktoseintoleranz. Achso. Level 155. Ersetzen. Achso, wir können die Sachen in den Kontinu nicht wechseln. Uh, maximal Jersey. Können wir jetzt erhöhen. Damit geht, Muskeln geht nach oben, was uns überhaupt nichts bringt. Und Moom geht nach oben. Also nur mal etwas für unsere Ulti. Davon haben wir jetzt nicht wirklich viel oder irgendwas. Bedeutet, wir bleiben erstmal dabei, was wir jetzt momentan haben. Inventar, was haben wir da? Missionsgegenstände, den müssten wir nochmal abgeben gehen. Charakterbogen. Sammel 25 verschiedene Artefakte. Hat man eigentlich schon mal ein paar mehr gehabt? Hm. Okay. Tschüss. Lass ihn nicht ergehen, Kleiner. Ja, ich kann wieder fliegen. Sei der größere Superheld-Cousin Kyle und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Nein. Also wir können auch übertreiben, ne? Also... Oh, ja, gut. Okay, ich vergebe dir. Sag, ich übelkeit aus einem alternativen Universum. Danke, Jugendkeit aus einem alternativen Universum. Mensch, ich freue mich so richtig, dass ich ein Selfie mit dir machen kann. Oh. Na, toll. Du bist ja überhaupt gar kein großer Cheater. Und... Yay, neuer Follower. Kyle... Schon draufgedrückt? Ich habe kein Blitz gesehen. Oh, super. Bis später, cool Instagram-Kumpel. Aha. Alles klar. Kyle Schwarz. Oh, hier bin ich mit einem... Mit einem meiner Superfreunde. Superfreunde. Den habe ich gerade draußen noch verpurgelt. 501 Likes. Oder ernst? Natürlich. Tschüss. Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die Warum ist der Dinger nach oben gefahren? Können wir kurz nach oben gucken. Gibt es hier oben etwas Neues? Können wir die Zeit zurückspulen? Können wir hier irgendeinen Winddrachen benutzen? Irgendwie nicht. Okay, gehen wir wieder runter. Moment mal. Ah, Ike. Ike, Ike. Was ist los, ey? Hey, Kuppel. Was ist los, ey? Was ist los, ey? Können wir nicht die Zeit hier oben spulen? Passiert da irgendwas mit dir? Da freut sie nur. Der mag unsere Fürze. Der ist auch ein guter. Ich habe etwas Neues auf Kunst der Quirin. Äh, ich habe immer noch nicht verstanden, wie du so viel Schwung erzeugt hast, Wunderarsch. Wenn du irgendwann mal wo hoch musst, ruf mich einfach an. Mach ich. Ich werde garantiert nochmal irgendwo was finden, wo ich hier hoch muss. Ich habe noch keine Ahnung genau wo. Und ich hoffe, wir werden was bekommen. Oh Gott. Nur ich und mein Cousin. Ich freue mich so, mit euch allen zu spielen. Der Kuhn. Äh. Entschuldigung. Das möchte ich gerne liken. Darf ich aber nicht. Toll. Würde ich aber gerne. Hallo. Es gibt so ein Hier. Muss ich irgendwo hoch? Kann ich irgendwas machen? Irgendwie nicht. Hey du. Ach komm. Ja komm, wir schnell durch. So, wir hatten noch eine andere Mission gehabt. Und zwar mussten wir Medizin besorgen. Wir haben ja irgendwann eine Kiste drin. Naturle Wurst. Wann haben wir denn eine Kiste drin? Lohnt sich da hinzugehen? Ich will doch nicht zur Kiste zurück. Kiste. Wir könnten theoretisch zur Kiste. Wir gehen aber. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier oben hin. Ich gucke, ob ich mit ihm hier irgendwas machen kann. Vielleicht finde ich ja zwischendurch noch ein paar Belagen, die ich verprügeln kann. Bedeutet, wir machen eine Schnellreise hier hin. Gehen hier an der Post vorbei. Und gehen direkt da oben hin. Also wir finden zwischendurch noch mal ein paar Sechsklässler oder wen auch immer. Die wir noch mal eben ganz kurz ein bisschen verprügeln können. So. Entschuldigung. Kreditkartenangebot. Hallo. Ah, komm. So, was haben wir hier drin? Haben wir irgendwas, was wir machen können? Hier haben wir schon alles umgestoßen. Das ist gesperrt. Hallo, Jimmy. Ja, es ist Zeit für Blitzfreak. Ja, er macht das. Wir sehen uns. Dankeschön. Bis später. Wer ist der Beste? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Entschuldigung, ich wollte doch nicht. Ich muss eigentlich ein Paket nur haben. Tut mir leid. Kunstig-Webem. Hey, Wunderasche. Ich habe einen lustigen Auftrag für dich. Komm vorbei. Wir reden neben Tweaks Coffee. Es geht um eine wirklich wichtige Mission. Geil, wir haben eine neue Mission bekommen. Sprich mit Quake im Tweak Café. Wo ist der Wob? Wo ist denn das Café? Da ist das Café. Neben dem Kino. Und neben die Boxes. Mhm. Okay, okay. Was haben wir hier oben? Wer wohnt hier? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich habe auch keine Ahnung. Ich würde mal sagen, was wir jetzt machen ist. Ich gehe jetzt noch nicht zu, 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 zu Dings. Zu Quake. Sondern wir gehen erstmal hier oben hin. In den Laden. Ob ich da nochmal reinkomme. Mal gucken. Und dass ich dort die CD noch bekomme. Ich will die CD auf jeden Fall von der Meinung noch haben. Vielleicht gibt es da mir noch irgendwelche Informationen. Oder irgendeinen Auftrag oder so. Deswegen will ich die CD noch haben. Hilfe! Hilf mir! What? Wo? Wer braucht Hilfe? Es ist ein Hinterhalt. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Der Siege die Rasins Girls. Wie heißt man Hinterhalt? Der muss er auch alleine machen. Oh wow. Ihr Kleinen scheint cool zu sein. Schade, dass wir euch vermöbeln müssen. Alles in Ordnung? Super. Na, toll. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die New Tides tragen müssen. Müssen sie nicht. Wer wollte das doch nur? Gebt es doch zu. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Wer steht in einer Linie? Wir stehen in einer Linie. Oh ja, dann ist ja easy. 40. Lame sage ich da nur. So. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Oh ja, dann kann ich ja auch. Wollen wir mal wie willst du jetzt von mir? Warte, macht mir doch nichts. Was? Was sagst du? Zu mir? Weißt du, was Loser ist? Ich zeige dir, was Loser ist. Loser. Sie ist ja gar nicht mal so knuckig aus. Was ist los? Oh, 32 AP. Oh Gott. Das bin ich nicht mal gekitzelt. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht gerne vor. Das ist Teil meiner Misswahl-Choreo. Na klar. So. Bin ich auch nochmal dran? Oh, das wollt ihr nochmal. Na gut, dann mach ich erstmal. Oh, ich kann ja gleich nochmal die Zeit zurückdrehen. So, da ja alle so gerade so schön in einer Reihe steht. Ähm. Nun. Ich glaube mal eben ganz kurz nicht. Tschüss. Oh, verdammt. Nein, das ist ganz nicht gut. Das ist ganz gut. Verdammt. Du bist tot. Nein. Ich hätte mich heilen sollen. Verdammt, ich hätte den Kampf nicht abbrechen sollen, sondern den nächsten erst. Nein. Wir sind tot. Oh, kein tot. Dankeschön. Toll, ich bin hier wieder hier. Der Hinterhalt, das war ein gemeiner Hinterhalt. Ich konnte mal über das etwas denken. Oh mein Gott. Oh nein, was ist da drin los? Was könnte da nur drin los sein? Ich kann mal gucken. Uns anzugreifen war echt... Okay, kennen wir schon. Wird? Hä? Ich wollte die Sequenz überspringen. Hallo? Das Spiel ist abgeschmiert? Ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Oder? Oder? Sie haben das Spiel abgeschmiert. Dann, äh, ganz kurzer Cut, bis gleich. Toll. Und damit herzlich willkommen zu, zu South Park, die Rektorskuläre C-Reisprobe. Ja, nach dem kurzen Cut, beziehungsweise nach dem kurzen Abschmierungsversorgung von diesem Spiel, bin ich wieder drin. Und muss von hier aus nochmal kurz bis hier drüben hinlaufen. Ich habe keine Ahnung, was momentan los ist mit den Spielen. Liegt es an meinem Rechner, oder? Weil in Wolfenstein schmiert er hin und wieder das Spiel auch gerne mal ab, wenn ich mir irgendwelche Objekte angucke. Und hier schmiert es einfach das Spiel gerne mal ab. Also jetzt ist es dann nicht zum ersten Mal abgeschmiert, weil ich die Zwischensequenz überspringen wollte. Okay, dann gucken wir uns die Zwischensequenz einfach noch einmal an. Ist ja kein Problem. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Wäre hier nicht mal überspringen brauchen eigentlich. Na gut. Okay, Schnuckis, wollt ihr das Tagesmenü sehen? Ich vermöbel dich wie meine Mama, meine Daddy, Schnucki. So, hier stehen nochmal beide in einer Reihe. Das ist ja sehr gut. Darf ich mal sagen, ein und ein von euch ist gleich schon mal weg. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Newtides tragen müssen. Du hast morgen wahrscheinlich ein blaues Auge, aber mach einfach passenden Lidschatten auf das andere. Äh, ja, kennst du dich ja wohl mit aus. So, beide sind noch da. Das wird sich auf jeden Fall gleich ändern. Sieht es darum aus, dann machst du ein bisschen viel, okay. Okay, dann würde ich mal sagen, einer kommt weg und die andere. Oh mein Gott, hast du dich mal gefragt, wie so in den Bergen so viel Schnee liegt? Und hast du dich mal gefragt, wo der ganze Schnee herkommt? Voll verrückt! Ja, das habe ich mich wirklich schon gefragt. Alles okay bei dir, Schätzchen? Na, Vicky. Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Das wirst du spüren, wenn du in die Pubertät kommst. Ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt. In mein Essen? Ich war bei dir Essen bei euch. So, ich bin gerade mal am überlegen. Ich glaube, ich pfeife mir trotzdem erstmal ein bisschen was zu essen rein. So, ich pfeife mir ein Burrito rein. Mh, der hat geschmeckt. Na und jetzt, was macht er jetzt? Was willst du noch? 49. Meine Bodylotion riecht nach Erdbeeren. Und du jetzt auch, Schnucki. Oh nein, ich rieche nach Erdbeeren. Das ist ja schrecklich. Was darf denn sein? Hab ich dir wehgetan, Schätzchen? Nö, nö. Alles in Ordnung. Moment, ich kann mich damit nur heilen mit meiner Ulti? Das ist doch eine ganz tolle Ulti, die ich hier ausgewählt habe. Was willst du jetzt hier? 32. Easy. Ich muss ihn aufpassen. Was machst du jetzt? Hm, was habe ich das mal? Ja, das ist mein Fight geworden und ich heile mich natürlich erstmal. Nom, 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 nom. Hm, hat mir das entmundert. Ich hätte eigentlich die Ulti benutzen können. Für mich selber. Ich hätte mich ja so nicht mal heilen brauchen eigentlich, wenn mir da wohl mir das mal so einfällt. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Das ist Teil meiner Miss Valkorio. Weißt du, warte, dann mache ich jetzt auch mal eben ganz kurz. Ich heile mich selber um 65 und kriege mir noch ein 65er Schild. Von daher. Ultimative Heilung. Oh. Oh, hier seid ihr dran, ne? Mhm, zieht mal von meinem Schild ab. Oh, das ist ja nett. Mhm. Na, sonst noch was? Du müsstest auch noch mal. Ich zeig euch mal, wie das Double-Wirming unsere Double-Wirming ist. Du bist aus der Friendzone geflogen. Ich hätte einfach vorher ein bisschen zurückgehen sollen, fällt mir gerade mal ein. Ich hätte mich einfach da hinstellen sollen. Hm. Ja. So. Ähm. Aber ich stelle mich einfach hier hin. Mach dich weg. Oder mach dich. Ne, 58. Ähm, wer ist denn da als nächstes von euch dran? Du bist als nächstes dran. Dann machen wir dich erstmal weg. Feuerwerk. Tschüss. So, was ist mit dir? Alles in Ordnung, super. Hashtag Arschgeil. So, bin ich aber nochmal dran. Pass mal auf. Das ist aber ein ordentlichen Dot drauf. Weißt du, was lustig ist? Wer guckt einem Raisinskill sowas an? Ich. Und weißt du, was lustig ist? Das hier. Ich bin nochmal dran. Ups. Na, ihr verpisst euch. Du hast dich mit den Fatschen-Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Nett. Ho, ho. Dich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch. Rebecca. Hö, wut. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Du, das ist übrigens ganz schlecht. Ich hab keine AP. Ich hab keine AP. Du hast dich mit den Falschen-Raisins angelegt. Hallo. Schnapp sie euch. Kann ich's machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat tausend Dislikes bekommen. Ich werd voll getrollt. Was du? Heather, warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht. Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt. So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch. Ich muss sofort an den Computer. So eine Scheiß-Scheiße. Oh. Keine Sorge. Ich kündige alle ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Normen passt? Ja. Du hütest deine Geheimnisse, hm? Okay, hör zu. Du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangster-Boss, der hier in South Park das Sagen hat. Und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschränkt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Pass auf dich auf, Geschlechtsloser! Du hast gewonnen! Ich hätte es nicht mitgerechnet. Feromon-Infusion-Denner. Gold-Scaraberos-Rezept und Einballer 44. Und 60 XP. Begeisterter Artefaktsammler. Ja, das war ja easy. Yeah. Ähm... So, wir gucken mal ganz kurz hier drin. Was haben wir denn bekommen? Crafting. 54. Ja, machen wir auf jeden Fall. Jo, gibt es noch irgendwelche neue... Äh, Wiederbelebung haben wir noch. 12, 14, 10 Burritos. Ja, machen wir noch ein paar Burritos hier. Da haben wir noch 16 Burritos. Wiederbelebung machen wir auch mal hier noch. Gegenkifte braucht die bis jetzt nicht wirklich irgendwie. So, neue Artefakte. Warte mal hier. 40er. Da packen wir natürlich ein 54er rein. Mal ganz kurz gucken, was hat der denn hoch gemacht? Okay, alles so ein bisschen irgendwie. Äh, da haben wir nichts Neues. Da oben, das Kammer noch nicht freigeschaltet. Hier unten, was haben wir hier unten bekommen? Wir wissen, davon ist neu. Das hier, Lobby, ist neu. Ähm, was geht da durch hoch? Wir können momentan immer nur einen drin haben, oder? Können wir irgendwann mal mehr davon haben? 25, mum. Wir brauchen aber Gehirn. Und ein Gehirn ändert sich einfach gar nichts. Und wenn wir das jetzt reinmachen, ist das Gehirn bei 27. Ne, okay, der Gehirn geht hier auf 30% hoch. Lassen wir da doch drin. Okay, wir können immer nur einen drin haben, leider. Okay, auf 169 Gehirn. Hm, was hat sich jetzt hier geändert? Ähm, ich sollte da zu irgendjemandem hinkommen, oder nicht? Ja, ich soll mit Craig im Café reden. Ich muss auch noch die Medizin holen. Jojo, wir haben noch ein bisschen was zu tun, ja. Aber so schnell sind wir hier noch nicht durch. Hier sollten wir noch irgendwo hinkommen. Oder nicht? Sollten wir nicht noch mit irgendjemandem reden? Ich hätte schwören können, dass wir uns mit jemandem unterhalten sollen, oder nicht? Gut, dann habe ich mich verhört. Ähm, Moment.